Yo, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Alp Al Dente, oder jetzt nur noch Al Dente. Und es ist jetzt richtig krass, was eben passiert. Ich habe eben meine Mutter in CSGO, wie ihr hier offen seht, eine Kiste öffnen lassen, die ich gerade im Matchmaking bekommen habe. Eine Fakencase, das ist die ganz neue. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier so da, habe sie die Augen zu, meine Mutter steht so hinter mir. Ich so, und blau? Weil meine Mutter weiß ungefähr, wie das so ist. Meine Mutter hat übrigens geöffnet, die hat auf die Maus geklickt. Und meine Mutter gritt es mich nur so an, mit so einem Grinsen. Und ich drehe mich um und guckt, Leute, der hat den Titel gelesen. Eine fucking Stat-Track-Hyper-Beast, Junge. ABP-Stat-Track-Hyper-Beast, das ist so krank. Die ist in Kampf gezeichnet, glaube ich, Battlescar. Ne, ja, Kampfspuren. Jungs, das ist unglaublich, echt. Ich weiß, Kisten öffnen ist was scheiße Geldverschwendung, aber Jungs, ne, das ist es. Ich werde jetzt gleich noch Showcase hinten dranhängen, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, lasst einfach eine Bewertung, ja. Ich bin mega aufgeregt, die TLS-Wir-Mendrichs-Nurinde spielen. Und, jo, dann möchte ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu bewerten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.